Fangen an mit Just Chatting Twitch des Tages, mal wieder, deutsche Twitch-Content kann eigentlich nicht schlecht werden. Let's go. Mit ihr legt man sich lieber nicht an. Okay. Ich muss positiv denken, irgendwas wird das ergeben. Lass mich in Ruhe mal weiter. Guck nicht. Vielleicht kriegst du eine rein, wenn du so redest mit mir. Oh, Oma ist sauer. Oma ist sauer, Digga. Aber richtig. Ich muss mal ganz kurz hier, Sekunde mal. Wetter Dimension 2 Online, ja? Der Stefan macht Wetter Dimension. Oh nein, oh nein, Digga. Oh nein, Alter. Schade, Mann. Krass, oder? Ist das Erkan und Stefan? Ja, das ist Erkan und Stefan, ne? Habt ihr das gesehen? Krass, Digga. Digga, Erkan und Stefan. Kennt jemand doch Erkan und Stefan von früher? Das war ja klar, dass es irgendwann mal passiert, oder? Digga, Erkan und Stefan. So geil, Alter. Das war doch logisch, oder? Das müsste klippen, Leute. Erst mal schäten. Ich geh jetzt erst mal zu der. Ich hasse dir. Ach, das hab ich heute Morgen gesehen. Äh, Kirsche, glaub ich, ist das. Wir hatten Granatapfel und Kirsche, wir haben Granatapfel getrunken. Genau, was ich erzählen wollte. Kennt ihr das, wenn ihr immer mehr was trinkt und euch nicht sicher seid, ob ihr es richtig eklig oder richtig gut findet? Nee. Nee. Also eigentlich hab ich... Also, nee. So war ich gestern irgendwie. Ich hab mir gedacht, ob es mir schmeckt, oder ob ich gleich kotze. Ich muss mit mir reden. Komm, ey, was gibt's? Na? Ich will mit dir reden. Oh ja, wie die dann den Shaker holt! Boah, Leute. Ich muss mal kurz mein Getränk kurz shaken. Oh, manchmal muss ich auch ein Beinhalten shaken, weil das Getränk so groß ist. Digga, was ist denn da los in Twitch, Deutschland? Stabile Konstruktion. Absolut. Ich glaub, man sieht jetzt nichts, oder? Wahrscheinlich, Digga. Mann, ich kann doch nicht die ganze Zeit meine Facecam verschieben. Was für eine Scheiße. Was für ein... Digga, die neue Zentrale macht eine Menge Probleme, Leute. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh, bro. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, weia. Oh, weia, Digga. Da wär's aber fast rum gewesen, Digga. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah. Uh. Cringe. Das war ein nicer Upsgurt. Was ist denn da los wieder? Was ist denn da schon wieder passiert, Alter? Schilliger Kühlschrank am Hintergrund, Bro. Oh, ist das. Oh. Ey. Oh, Digga. Oh, Digga. Ah. Oh, Digga. Oh, ist die... Oh. 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 Hmm. Ah. Oh. Oh. Oh, Maschallah. Ui, Memo. Oh, das ist ne 10 von... Oh, das ist ne 10 von... Das ist ne 11 von 10, Leute. Puh. Oh, ich muss sein. Oh, Digga. Geil. Oh, Digga. Oh, man. Es ist erstens übelkalt. Alter. Bruder. Alter. Sascha ist krass aufgebaut. Schlägerei. Was passiert da? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Chilliger Twitch-Content, Bro. Das hab ich 2016 schon mit Patrick gemacht, als ich den mit Gürtel geschlagen hat. Hier ganz kurz Clip, Digga. Viel Spaß beim Raussuchen, du Penner. Ein bisschen mehr. Oh, mein Gott. 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 Oh, Oh. Oh, oh, Headset ab. Ey, und du darfst jetzt nicht im Treiben. Oh mein Gott, hol nicht so weit. Digga, oh nein, der Arme, Alter, der Arme. Der Chat absolut wilded an der Stelle hier. Oh Digga, ich will's nochmal sehen, geil. Ich will gleich. Oh mein Gott. Die war zehnmal so stark wie meine Schelle, Alter. Nein, die war... Ich hab ne Gehirnerschütterung, ich krieg Kopfschmerzen. Digga, what the fuck. Ich schwöre, die war zehnmal so stark wie meine Schelle. Weiß ich jetzt nicht. Ich schwöre, das war zehnmal so krass wie meine Schelle. Immer dieser Aufruf zum Klippen. Ah, leider klippt das bitte. Gute Frage. Wer ist das? Möchtest du ein Prozent dumm sein oder ein Prozent schlau? Also ein Prozent dumm und 99 Prozent schlau? Straight up von TikTok die Arme. Oder ein Prozent schlau über 99 Prozent dumm? Ja. Dann nehme ich doch, dass ich 99 Prozent dumm bin. Ja. Ja, ja. Ja. Mhm. Genau. Ja. Tun weh beim Zusehen. Ja, absolut. Das letzte war das, gell? Genau. Ja. Müsste ich auf Stereo schalten. Das ist... Ah! Ach, Digga, lost. Das war mein Schädel. Ach, Becci, Mann, Alter, so eine dömme Scheiße! Ja, natürlich. Ach, Becci. Ach, Becci. Becci, bitte. Ach, dann muss ich... Techno bauen. Das sind viele Clips schon. Ja, Deutschland und Twitch. Wir lieben es. Wir lieben es. I take your boots for you. So nice, dass immer die Tetris Chords macht einfach. Geht's das wirklich? Wer ist das? Wer ist das nochmal? Wer ist das? Hab ich schon mal irgendwo gesehen. Ist ein kleinerer Streamer, glaub ich, ne? Ist ein kleinerer Streamer, glaub ich, ne? No fucking way. Das geht nicht. Wie hat der das gemacht? Was macht der da? Ey! Regenbogenlama05, Thea Bostian und Karlam20, Digga. Erstmal Nefas, Digga. Geht das? Hey, Leute, danke für den Level-2-Hypetrain. Kjell, wenn du gerade zuschauen solltest, gib dir doch mal ein paar Subs. Kjell, sagt! Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir gebannt wurde. Ich wollte gerade was schreiben. Ich wurde mies weggebannt, ne? Verzeih' ich dir nicht, danke. Hör nie wieder aus. Ah, Digga. Das geht wirklich, guckt mal. Ah, Digga. Ne, das geht nicht. Gut getroffen. Das erkenne ich sofort. Das ist richtig, nicht wahr? Das Mädchen mit den Perlenohrringen von wer mehr? Warte. Ist das original? An der Stelle an meinem Chat, liebe Grüße, der Hypetrain verreckt gerade wieder. Lass ihn auf jeden Fall an der Stelle einfach auch weiterhin verretten. Dankeschön. Nein, warte. Nummer war nicht geleakt, man sieht dir nicht, ihr Idioten. Hast nicht. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Ach du Scheiße, Digga. Ach Gott, Digga. Oh nein. Oh, Digga. Oh, Digga. Das ist ja das... Dieses andere Albtraummaterial. Oh nein. Warte, warte, warte. Oh, wie gut ist das denn? Oh, Junge, Scheiße, Alter. Vielleicht Lust, einen neuen Autosong zu machen. Grob zehn Sekunden. Falsch. Ähm...